so leute wir sind zurück bei wildstar und ist ruckelt und ist tag vielleicht ganz gut so haben wir einen besseren überblick wir wollten hier richtung norden gehen und da die quest machen hier da da müssen wir irgendwelche fischer killen den auch wir halten aber was aus der ausforderung wehnt noch abgestaubt jetzt haben wir den großen gepult vielleicht nicht so schlau da kommt über alles ein um ein um jetzt muss er liegen Glück gehabt Oh, hier ist gleich noch ein Vetter Oh, komm, roll dich Geht doch Uiuiui Aber die hier müssen wir nicht töten, oder? Nee, die müssen wir nicht töten Alter Schwede, nicht schlecht Die Camper sind echt noch harmlos Später geht es richtig rund Ich hoffe, wir kriegen genug Leute für einen Dungeon zusammen Ich muss mal auf der Karte gucken Ist hier noch eine Quest? Herausforderung, Grunwaldgärtner Ich will jetzt hier noch Fischerplätten Mal da hinten Das waren Spieler Hier bei ihr können wir Ein Rezeptbuch Na dann Die Herausforderung hätten wir jetzt noch machen können Und da können wir jetzt hinnehmen Was ist das denn? Quest? Nee, das sind nur die Quest Schauen wir mal, was wir hier bekommen haben Schuhe schwer Achso, die haben wir ja ausgetauscht Oder nee, hatten wir nicht ausgetauscht Plus Plus Angriffskraft Jo Ausrüsten Nee, die Waffe wollten wir nicht Was ist das? Rezeptbuch erfordert Stufe 10 Also mit Stufe 10 werden wir uns dann auch mal mit den ganzen Sachen beschäftigen Das werden wir auf jeden Fall hier machen Ein bisschen das Crafting System zeigen Das ist ganz okay Ja, ist mir egal Hätten wir gar nicht lang gebraucht So, denn wir müssen hier lang Ach, guck mal hier Walross Walross, Mann Gab's jetzt doch noch eine Quest? War wir geleveled? Oh, sind sie da was? Wo ist die denn? War doch gerade angezeigt Auf meinem Bildschirm Ach nee, das ist da hinten Ah, ja So kann man sich irren Mal schauen Was die Entwickler für das Spiel Das sind die Carbine Studios Ich glaube, die haben davor gar nichts entwickelt Sondern einfach nur dieses Spiel Und das über mehrere Jahre hinweg Also die haben echt lange gebraucht für das Spiel Und Man merkt es halt zum Beispiel an der Engine Die ist doch recht Wie sagt man Äh, die frisst viel Leistung Weil es auch schön aussieht Aber So war das sicherlich nicht gedacht Ursprünglich mal Hä? Und jetzt Ich will nicht Ach nee, jetzt fährt er mich in die Stadt Oder was Ja, aber nichtsdestotrotz Ich hoffe, er transportiert das hier so ein bisschen War jetzt hier einmal im Kreis Nicht in der Ernst Äh Na toll Neue Errungenschaft Wildwasserbahn Ja, schön Jetzt kann ich alles wieder zu Fuß hinlatschen Danke Ähm Ich hoffe, dass Mein kleines Let's Play Trans Portiert das so ein bisschen Das Äh Das eigentlich ein schönes Spiel ist Und Äh Vielleicht sollten sie so wie bei Elder Scrolls Online Sammle Glühwürmchen Wo sind sie? Boah, hier Haben wir ein Buch Können wir noch eine Kerze anzünden Warum wir jetzt die Kerzen anzünden Weiß ich auch nicht Da sind Glühwürmchen Vier Minuten Zeit Ja, wir sammeln mal Glühwürmchen Juhu So Wenn man auf diese Pilze springt Dann springt man hoch Boing Und Glühwürmchen eingesammelt Oder? Ja Hier sind auch Glühwürmchen Nein Ich will nicht runterfallen Nicht runterfallen Ein Data Omocron Würfel Na Öffnen ihn Dann kriegen wir eine Geschichte Ja Die Matrix in dieser Region Ist exponentiell stärker als alle Vorkommen Die ich je gemessen habe Ich habe daher ein Gerät entwickelt Das direkt auf die Matrix zugreifen Die Energie konvertieren Und zur späteren Verwendung speichern kann Eine derartige Technologie Lag theoretisch schon immer im Bereich des Möglichen Doch erst die einzigartigen Eigenschaften Nexus gestatten Sie in die Tat umzusetzen Mit einem Zugriff auf diese Nahezu unendliche Energiequelle Gibt es fast nichts Was wir hier nicht erreichen könnten Oh, da unten sind mehrere Spieler Ups Einen noch Ein Glühwürmchen noch Komm, komm, komm Und Herausforderung geschafft Jawohl So, wo müssen wir jetzt nochmal hin Für die Quest Ach, unten an den Wasserfällen war das Genau In der Mitte des Seels Hier, da ist es Was wir brauchen Die Pilze Das war es schon Oh, hier so ein süßer, weißer Jabbit Was ist das jetzt hier Erkunde Die Hasenkuhlhöhle am Fuß Ist sie das Jetzt werde ich kleiner Ah Jetzt habe ich es verstanden Solchen Thron ist wertvoller Fund Welche Thron Hallo Dann springt er nicht höher Ach, jetzt muss ich ein Wachstumsschimmling essen Damit ich springen kann Okay Was ist das denn? Felsen untersuchen Öffne geheimes Vorratslager Merkwürdiger lilafarbener Pilz Tasse Tee Alter, geil Guckt euch das Schild an Wie heil Wie heil Wie geil ist das denn? Brutalität in Tech Das wird genommen Geil Da können wir nämlich auch noch Runen einbauen Cool Coolio Es gibt auch so Kostüme Bei dem Spiel Werdet ihr auch noch sehen Was ist jetzt los? Erkunde die Hasenkuhlhöhle abgeschlossen Guck mal, hier sitzen sie Oh Wie niedlich So, dann können wir hier wieder raus und zurück latschen Hier so einen kleinen Pilz fressen Damit wir da durchkommen Gibt es hier auch einen Wachstumspilz wieder? Ah, es geht von alleine wieder rückgängig Sobald wir nach draußen laufen Sehr gut So Wo müssen wir denn jetzt lang? Jetzt können wir mit dem Boot zurückfahren, oder? Sag mal, eigentlich waren hier doch in der Nähe noch Quests, oder? Haben wir ein Level-Up gehabt? Ne, haben wir nicht Aber guck mal, wir haben hier noch Sachen zu verteilen VIPs Angriffskraft Oh Gott Entschuldigt bitte Boah, das ist der Heuschnupfen, der sich dann doch ab und zu nochmal meldet Trotz Bill Zeit benutzen So, dann fahre mich mal zurück Ich gucke nochmal auf die Karte Oh, hier wäre jetzt doch noch was gewesen Ah, Kunststoff der Mission Kategorie Naja, mach ich vielleicht mal dann so Ich muss nicht alles 100% machen So, sind wir da? Ja, sind wir da Jetzt wäre mir die eine Mission der Alten jetzt hier abgeschlossen Okay, das ist da hinten Wo war die denn hier? Hinterm Berg, oder so, ne? Hat die gehockt hier? Okay, die Mission ist einfach erledigt Die müssen wir nicht mehr abgeben Sehr gut zu wissen Oh, oh, oh Oh Gott So Das ist unser nächster Weg Sprich mit Das ist hier Sprich mit Das ist da Hä? Sag mal Picherin vorbeigelatscht? Schutzherrin von Celestia Bin ich dein Ernst? Sprich mit Ja doch, die ist hier Ach ja Tolle Wurst Ach da Dann können wir uns nochmal Einen Reise-Buff holen Wenn das noch ein Reise-Buff ist Ich glaube, das ist jetzt ein anderer Bass Ne, doch Das Reisetempo Juhu Vielleicht können wir bei Ehe nochmal schnell ein paar Sachen verkaufen Den wir nicht brauchen Was ist das eigentlich? Eine Dekotasse Für unser Haus Ja, man kriegt nämlich später noch ein Haus Der Pilz ist auch eine Deko Eine Deko So Jetzt aber auf zur nächsten Quest Ich möchte nicht gestört werden So Hier nach links Da steht eine Quest drauf Oh, Gierwitz der Grausame Da brauchen wir mal jemanden, der hilft Können wir mal gucken, ob wir den noch finden Selbst dem Trübsinn findet sich ein Funken Freude Achso, nee Okay Raus aus dem Hinterhalt Ich habe Draken Drakenjäger gesehen, die sich im Dickicht in Blablabla, 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 verstecken hier Jetzt werden wir so umbringen Du bist du und todbringende Taten erwarten dich Daten erwarten Können wir hier mitfahren? Nee Ich glaube, später schon Hoverbike So Was ist hier? Schnitzeljagd Alchemie in Celestia Wo? Wo ist das? Hier oben Hinter mir Nee Kann nicht sein Hier ist nichts So, alles jetzt hier im Süden Dann werden wir da mal hingehen Was ist das hier? Ah Status bitte Meine bevorzugten Lebensformen sind kalt und tot Ist das hier richtig jetzt? Ja Wir sind richtig Uiuiuiui Hier geht es gleich richtig zur Sache Werdet ihr da sehen Bam Boah Die haben was Ver... Verloren Was ganz tolles für mich Irgendwas Eine Hose oder so Oh Ist mal gepult Wollte ich nicht So Boah Scheiße Die kommen schon Boah Aber Es gibt wieder Viel Loot Zu holen Okay Mit allen Mitteln Blut und Feindes Blablabla Ab hier Blablabla So Zerstörte Waffenständer Da hinten ist nur einer Stirb doch So Sehr nice Hier muss ich irgendwo T drücken Knochenblitzer Laura Hier Verdächtiger Busch Ja gut Ist ja noch ein verdächtiger Busch Ich suche verdächtige Büsche An die Quest kann ich mich noch ganz am Anfang erinnern Das weiß ich noch Da waren nämlich nie Büsche Weil so viele Leute unterwegs waren Och Jetzt hab ich den mitgepult oder was Was beginnt Hätten sie mich da ernst jetzt oder Was gemacht Oh ne Ich bleib voll drin stehen Seht doch mal was ich für einen Schaden bekomme Nur weil ich mir gerade nebenbei die Nase putze So Die Leute aus dem Käfig rauslassen Immer ganz Immer ne gute Sache So Das Ding weg Wir überziehen ne Aber egal So Stirb Der Standardangeruch bei dem so lange dauert Das nervt So die haben wir geschafft Du hast Nerven mich so warten zu lassen Ach an die Fresse Du hast dich wacker geschlagen Aber Noch ist nicht alles getan Na gut Öffnen Na kommt der noch auf mich Stimmt Hast du etwas zu berichten? Na ja Ich bin fertig Oder warte mal Was brauchen wir hier? Leicht 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 Mittelschwer Schwer Na das sieht doch gut aus Tote ältesten Blah Und tote ältesten Blah Oh sie hat sich schon wieder gespawnt Boah Jetzt bin ich tot Nein ich überlebe Ich überlebe Alles gut Oh Bam Jetzt stirb auch Ne Jetzt hau ich ab Das ist mir zu viel Fault Das sind hier neun Der Dynamo Sehr gut Ach Ja Was ist los? Alles klar Ich manipuliere Ich manipuliere Ich manipuliere aber in der nächsten Folge Und bis dahin Main bleiben Und Wir sehen uns Haut rein Leute Tschüss Tschüss